Willkommen zurück. Für alle die, die Schnellreise mal ausprobiert haben und dann irgendwie Bugs haben, wie mit ich kann nicht mehr in dieses Ding rein und so. Ich hoffe, das hat sich jetzt schon geändert. Und ja, also nochmal zum Mitschreiben, man muss das Spiel wirklich neu starten. Am besten, wenn sowas auftritt, speichern und das Spiel einfach neu starten und dann ist dieser Bug behoben. Ich hoffe nicht, dass das bei jeder Schnellreise der Fall ist, weil sonst macht es echt keine Laune, weil das macht das Konzept der Schnellreise irgendwie kaputt, wenn man, naja, jedes Mal das Spiel neu starten muss und damit halt nicht so schnell wieder weiterspielen kann. Also wir reden jetzt mit. Ich habe die goldene Klaue. Ja, jetzt habe ich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gold. So. Na dann, äh, Bekleidung, Magierrobe, mhm. Die ist extrem leicht. Ist eigentlich auch logisch. Ähm, Leute, die, keine Ahnung, wenig Stärke haben, tragen leichte Sachen und können auch deshalb viel mitnehmen. Und Leute mit krassen, naja. Äh, uh, was ist denn das? Bögen bewirken um 15% höheren Schaden. Ist ja geil. Oder Eispanzerhandschuhe. Was habe ich denn eigentlich angelegt von all denen? Also, die auf alle Fälle nicht. Ah, nein. Ich dachte schon. Ich wollte ja verkaufen, nicht kaufen. Gut. Das Ding kommt auf alle Fälle weg. Äh, das brauche ich. Ich bin kein Schildfreund. Schild sind zwar schön und gut, aber nein. Äh, was ist das eigentlich? Beschlagene Rüstung. Kaiserliche Rüstung. Das sieht nicht wirklich aus wie, äh, naja. Ja, so eine Art Hose. Naja, ähm. Beschlagene Rüstung auf alle Fälle. Die kommt weg. Und zwar alle. Der Eisenhelm ist auch ziemlich sinnfrei. Ähm, jetzt die kommt auch weg. Die Fellrüstung. Rüstung 25. Ne, ich hab was mit 28. Novizen kaputt. Nein. Der Pelzhelm kommt. Der hat eine von 11. Das von 19. Gut. Das kommt weg. Die Pelzrüstung kommt dann auch weg. Pelzstiefel kommen dann auch weg. Ähm. Der kann nix, dieser Ring. Hat aber hohen Wert. Deshalb einfach weg. So. Äh, Waffen. Ist es nicht verzaubert gewesen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich die Verzauberung irgendwie von diesem Ding wegnehmen. Das wäre ganz cool. Ich frage nur, wie das, ich frage mich mal, wie das funktionieren soll. Eisen 2 Händler. 16 Schaden. Cool. 16, 16, 16. Was ist denn? Hm. Das ist mein Langbogen. Das ist mein Jagdbogen. Oder vielleicht bedeutet das mit dem Treieck, dass es bei Favoriten beziehungsweise angelegt ist. Ich habe keine Ahnung. Ach, der kann weg. Und der kann auch weg. Ja. Der Rest in meinem Inventar muss halt bleiben. Das Gute ist, dass Pfeile irgendwie nichts wiegen. Deshalb kann ich die eigentlich so lange da lassen, wie ich will. Avril's Tagebuch. Das muss ich noch durchlesen. Bis zum nächsten Mal. Na dann. Sonstiges. Hä? Ah, Bücher. Hoppala. Okay. Oh. Gut. Der hat nur wenige Seiten. So. Drachenblut. Dieb habe ich glaube ich schon gelesen. Ja, das habe ich schon gelesen. Das habe ich sogar Punkte bekommen. Ich glaube man muss ja noch nicht mal... Naja. Die Sache durchblättern. Damit man Punkte bekommt. Was wirklich sehr schön ist. Hä? 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 Ja. Gut. Wir haben das auf alle Fälle schon beendet. Wir haben Sachen verkauft. Äh. Ich gehe dann nochmal kurz ins Inventar um zu gucken wie viel. Äh. 156. Das ist jetzt eigentlich viel zu viel. Das liegt wahrscheinlich alles an den kleinen Dingern, die so viel wiegen. Und die Zaubertränke wahrscheinlich auch. Kann ich eigentlich alle verkaufen? Weil ich benutze keine Tränke. Das mache ich jetzt auch. Haben die jetzt zu oder was? Klasse. Echt klasse. Gut. Dann... Gehen wir mal dorthin, wo man sowieso erwünscht ist. Und zwar hier. Ich schaffe mal, ähm, automatisch speichern. Und schnell speichern. Ja. Schnell speichern. Gut. Äh. Ja. Ich habe noch keine anderen Quests gemacht. Ich hoffe, ich kann Bett schlafen. Ja. Mittags. Also mit 2 AM. AM und PM. Eigentlich hätten die auch 24 Stunden Tag machen können. Das wäre schöner gewesen. Ich hasse das mit AM und PM. Das Einzige, was ich mir merken kann, ist am Morgen. Also die Zeit davor. Und PM ist halt der Rest. Gut. Es ist 4 Stunden. So. Das dürfte eigentlich reichen. Hm. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Okay. Merken. Um 6 ist hier Antreten. Das ist gut. Super gut. Und jetzt verkaufe ich erstmal meine ganzen Tränke, weil... Ey, bitte. Okay, also um 6 ist hell. Um 8 wird es wahrscheinlich erst anfangen mit da. Hm. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserungen hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. Sehr schön. Ja, und nun? In Klammern fein. 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 Hehe. Hm. Rüstung spielen. Will eine... Okay. Das... Herstellen. Ei. Wie geil. Ja, stimmt. Ich hatte eine... Neunzehner-Helm. Ich hoffe, das geht nicht kaputt. Ne, ne, ne. Ich mach das lieber mit Schrottrüstung. Ähm. So. Herstellen. Möchtest du diesen Gegenschein verbessern? Ja. Erfordert Eisenbarren. Hab ich denn keinen Eisenbarren? Ach, der ist schon fein. Anscheinend. Äh. Dir fehlt die erforderliche Fähigkeit, um... ...diesen Gegenstand zu verbessern. Schade. Oh, neue Stufe. Natürlich nehmen wir Magikar. Jep. Und, äh... Sonst? Okay, Zerstörung ist am Anfang gewesen. Ich frag mich nur, was passiert, wenn... Hm. Wenn wir das einfach nur so benutzen. Oder, ob ich da irgendwas töten muss damit. Weil, töten wäre nicht so schön. Ne, ich muss was killen. Schade. Ist mir Beschwörung echt lieber. Talente zu verbessern. So. Erfordert 30. So viel hab ich aber nicht hier. Ich glaub ich 25 hab ich hier. Ich weiß nicht. Kokonbetrug.